Hallo, grüße euch oder grüßen sie euch. Ja, Marga und Pitt sind immer auf Parallel. Also heute Ende des Jahres wollten wir einfach eine kurze Zusammenfassung machen über unsere Videoreihen, also über unseren Kanal und vor allem in erster Linie sich bei euch ganz herzlich bedanken. Das ist das erste Top-Arbeit, habt ihr super Themen ausgewählt und wir haben also einige Videos für euch gedreht und auch realisiert, dank euch. Also vielen, vielen Dank. Falls ihr Spaß habt und wolltet sich etwas anhören, über unsere kurze Zusammenfassung seid einfach dran, okay? Also wie ihr seht, heute in etwas anderer Atmosphäre, im Pool, also wie gesagt Ende des Jahres, ja, neues Jahr kommt ganz schnell. Von daher, wie gesagt, bei euch, also meistens in Europa ist es halt Winter, bei uns ist es halt der Sommer, Hochsommer, genau. Also wir haben jetzt locker 35 vielleicht gut, ich messen die am Nächten, aber um die 2, 3 Grad quemer sind, Streit, also kein Problem. Also auf jeden Fall, wie gesagt, warm genug, jedenfalls den schönen Abend beziehungsweise noch den Tag schön im Swimmingpool unter anderem zu verbringen. Also wie gesagt, dank euch konnten wir seit September, habe ich gerade nachgeguckt, 2017, unser Videokanal eröffnen können und halt natürlich sehr viele Themen, die wir Videos, also Themen, über die wir wie Videos gedreht haben. So, es waren verschiedene Themen, wie gesagt, über Leben in Paraguay, über Einwanderung, über das Bauen, da haben wir ein Video gedreht, über Unterkünfte in Paraguay und, und, und. Also wir haben 66, ich habe es gerne nachgeguckt, 66 Videos gedreht, im Prinzip in kurzer Zeit, ja, also 3, 4 Monate und wir haben, glaube ich, auch unsere Arbeit gut gemacht, dank euch, wie gesagt, also wir können sagen, super Arbeit, ja, von eurer Seite aus, da ihr natürlich uns geholfen habt, praktisch diesen Kanal zu eröffnen. Und, und wir sind uns sicher, dass wir im nächsten Jahr, dank euch wieder, mehr und mehr Videos drehen werden. Also man sollte sich fürs nächstes Jahr, also 2018, auch Ziele setzen, ja, aber nicht nur Ziele setzen, sondern machen es, genau, realisieren. Ja, darum geht's. Viele sagen, ha, gut, hm, gute Vorsitzungen für neues Jahr, mach mal, und meistens, das Jahr vergeht, super schnell. Und, was hat man gemacht? Gar nichts. Ja, von daher bitte dran denken, ab dem 1. Januar 2018, nicht nur denken und Ziele setzen, sondern diese sofort anfangen zu realisieren. Brauchst du dahinter, also versteck dich bitte nicht, ne? So, deshalb, wie gesagt, es ist wichtig, die Ziele zu realisieren und dazu gehört sicherlich auch zuerst eine Reise, also, sagen wir mal, eine Erkundungsreise nach Paraguay. Da würde ich jedem von euch auf jeden Fall verraten, das ist Ziel Nummer 1. Und dann, wie gesagt, einfach zu prüfen, ob Paraguay das richtige Land für euch ist. Für uns ist es auf jeden Fall, war es, ist es und wird sicherlich auch sein. In der Zukunft, wir sind, wie gesagt, über 15 Jahre, ja, schon in Paraguay mehr als zufrieden. Ja, also man kann hier sehr gut wohnen, wirklich leben, wirklich arbeiten auch. Also man kann die Ziele realisieren und an unserem Beispiel, ja, müsst ihr einfach weitermachen. Wir haben auch Ziel gesetzt, ja, und sofort praktisch, ich sage mal, ein Jahr hat es nicht mehr gedauert, haben es umgesetzt. Das heißt, umgesetzt, wir sind einfach ausgebaut, ja. Und das müsst ihr praktisch auch wissen, ob Paraguay das richtige Land für euch ist, wenn ja, nicht lange drum herum reden, ja, das Leben kann gut rucki zucki, sondern einfach realisieren, ein Grundstück kaufen, wenn sie irgendwo Zeit haben, liegen lassen. Das Grundstück braucht kein Geld, ja, es wird nicht gefressen, es wird auch nicht geklaut, also das ist schon mal wichtig. Von daher, also, einfach in ein Grundstück investieren und dann praktisch in Paraguay kommen und Ziele realisieren. Also bis dann, ja. So, also, frohes Neues. Frohes Neues. Prost. Für euch auch, Prost. Und, wie gesagt, alles, alles Gute im neuen Jahr 2018 an alle unsere YouTube-Freunde, Bekannte, an alle einfach, ja. Macht einfach weiter mit und regt einfach dazu bei, dass der YouTube-Kanal, liebe Paraguay, weiter wächst, dank eurer Hilfe. Also, auf euer Wohl und bitte Ziele realisieren, ja, nicht vergessen. Hm, ganz gut. Also, wir machen das ja weiter, wie wir aufgehört haben, mehr Videos für euch. Danke, bis dann, tschüss. 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 Vielen Dank.